Genau ein Jahr nach dem russischen Angriff auf die Ukraine warnt der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen, UNFPA, vor verheerenden Auswirkungen des Krieges auf Frauen und Mädchen. Demnach mussten rund 14 Millionen Menschen, fast ein Drittel der ukrainischen Bevölkerung, aus ihrer Heimat fliehen. 10 Millionen Menschen würden teils unter posttraumatischem Stress, Angstzuständen und Depressionen leiden. Im Jahr 2022 wurden in der Ukraine inmitten der Kriegswehren rund 195 und 95.000 Babys geboren. Viele Frauen waren gezwungen, die Kinder unter katastrophalen Bedingungen in Kellern und Bunkern zu gebären. Insgesamt gab es mehr als 700 Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen. Der UNFPA und seine Partner haben in der Ukraine rund 20 mobile Kliniken errichtet. Mehr als ein Drittel aller Geburten wurden in von UNFPA unterstützten Einrichtungen entbunden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.